ja wir können es unterhalten über was sind so keine ahnung was aktuell gerade nichts aktuelles was ich gerade sehe das ist auf jeden fall immer richtig bei minecraft dieser slogan was gerade dein login screen slogan jump up jump up and get down bei mir steht minecraft you can't explain that ja kann man wirklich nicht erklären teilweise das spiel mit den blöcken also und texture pack habe ich im moment keins weil das ist erstens 147 und zweitens wollte ich parallel noch etwas für 1 6 und das ist mir alles viel zu viel mit patchen hier und patchen da und keine lust ich hätte ein texture pack aber das texture pack für vtb ist echt nicht gut warum sieht komisch aus also fabi meinte wenn man fürs sex 1 hat da muss man ein addon für das texture pack runterladen dann geht das ich tue mal dieses store text heißt das ich tue das mal kurz drauf und kann er gleich mal zeigen aber ich finde das echt nicht klasse ist nicht mein geschmack naja da kannst du aber eigentlich auch lassen wenn es nicht dein geschmack ist naja das stimmt nur mal zu zeigen wie irgend so ein texture pack aussieht naja kann ja mal ne runde damit spielen wenn man minecraft nicht dabei abschmieren würde hallo minecraft lebst du noch lebst du noch oder wohnst du schon nackto feed the beast logging in server son naja ich bin nun seit einer minute wieder drauf ja nö ich wollte warten bis du selber aus okay das texture pack ist echt geil ich habe gerade x-ray was ich sehe gerade durch alles durch ja dann pack das mal wieder weg komm hier ist doch scheiße warte warte ne der lädt gerade ich guck einfach mal in den Himmel das ist echt geil wo sind die dias wo sind die dias nein ok ähm so das hätten wir schon mal ich glaube das ist jetzt ein x-ray texture pack gibt sowas keine Ahnung video settings ich kann euch das denn jetzt umstellen hier muss ich dafür echt texture packs da ja es scheint ein wie heißt es denn äh so a text wo bin ich habe ich auch noch nie gehört alles so hell plötzlich bei mir alles so farblos naja dann nimm mal lieber das standard ding komm ähm die jahr spezakten das ist hier warte hell zuck hä jetzt lädt der die farben nach nein mein minecraft ist gerade halb farblos warte scheiße schneller ging gerade ab ey irgendwie war bei mir gerade ein creeper der war ungefähr eine mikrosekunde vorm explodieren aber er ist nicht explodiert aber wirklich das war so der sagt schon so aus als wenn er schon so weit aufgepustet ist dass er gleich explodiert und dann hat er aufgehört das war gut ok ich nehme ab jetzt nur noch kohle mit die ich finde weil kohle ist ungefähr das allerwichtigste ab jetzt ja wenn der strom leer ist ist das schon scheiße es gibt da irgendein induction furnace oder sowas glaube ich noch ich glaube der ist noch schneller aber ich habe keine ahnung naja da gucken wir nochmal irgendwann vielleicht vielleicht so wo ist obsidian lalalalala hier ist wasser also ist vielleicht auch lava in der nähe aber ich will diese schuhe die fabi hat ohne mit diesen voll geil damit ist ja sogar in wasser schnell ne ja ja der ist damit überall schnell und der ist so der 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 raster von a nach b kannst du nicht hinterher gucken ach zinn wieso halte ich zinn immer für diamanten und silber und alles andere auch bin ich so leicht gläubig oder werden wir hier hinterrücks betrogen adventure map skills so ja jetzt bin ich hier runtergefallen boah ich sollte keine großen experimente machen wenn ich ne ne ähm äh dia spitzacke im inventar hab hehehe hey lavatsprünge yay ja war eben wirklich so in der art nicht ganz so schlimm aber so in der art ach zahlbuch ach mark uns ist nicht mehr zu helfen oder ne helst nicht vor allem dir hehehe ähm hab ich jetzt nen Eimer dabei? nein hab ich irgendeinen Block zum füllen? ja ja Ofen für unterwegs wär gut ein Miniofen der Ofen für unterwegs warum kann man sich doch mal in die Hosentasche stecken so ein Ofen das passt ja so ein so ein äh na wie heißen diese Grills diese diese Einmalgrills so was sagen wir jetzt nix aber okay diese Einmalgrills kennst du die nicht? ne hä wie kann man das denn nicht kennen? keine Ahnung doch die ich wette du kennst die ja bestimmt kenn ich die irgendwie und keine Ahnung bestimmt kenn ich die irgendwie und keine Ahnung naja Poligrafikfehler hier gerade dann nimm das Standard Texture Pack ja ich hab das Standard Texture Pack wow 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 ich wollte da langlaufen oh mein Gott alter hab ich nen Schreck bekommen ja alter ich war ich hab schon so reflexmäßig weh gedrückt weil ich dachte da ist bestimmt nix ich hab zwar gecheckt aber trotzdem dass da ist nix und oh oh alter da hab ich nen Schock bekommen da hab ich nen Schock bekommen oh wieder nur tanksten oh alter das sieht aus wie die aus und wo es jetzt mein geiles Lava fällt oh mein Gott alter da hab ich mich jetzt so erschrocken naja bisschen Gold find ich hier auch noch aber es kommt mir vor dass hier fast kaum also fast keine Gegner eigentlich spawnen ne ne momentan ist echt wenig los das hat der aber auch ganz am Anfang gesagt der Fabi aber da waren dann irgendwie er hat das gesagt und auf einmal kamen 3 Creeper um die Ecke äh ja und naja aggrozombie aggrozombie schwert schwert da gut was die alter stirb ich schau jetzt erstmal nach hause ab ich hab keinen Bock auf die aggrozombies ok ist nacht aber Redstone so viel also wir brauchen schon immer wieder was aber wir brauchen nicht so viel eigentlich oder ne ne ach komm das sah voll aus wie Dias jetzt ist es wieder nur Silber ähm ja was tun äh wo ist dieses komische Ding hier ich hab mir hier so einen Wegpunkt gesetzt ich weiß nicht mehr wie ich da hinkomme blöd ahja bin zwar nicht an dem Wegpunkt wo ich hinwollte aber hier gibt es auch Obsidian Irgendwer oder irgendwas schreit da irgend ein behinderter Zombie äh wie viel soll ich ihn mitnehmen ich hab jetzt hier ungefähr so 10-15 Blöcke ja Obsidian ja ich weiß ich spare mir uns noch ein eigenes Portal wär besser als dann statt dass wir da jedes mal einbrechen müssen ja ich stammel lieber noch ein bisschen ah ok wofür brauchen wir eigentlich nochmal Diamanten ach so für das für das Glasfaserkabel hm hm für Diamanten halt ja ich war grad am überlegen warte Diamanten sind das wertvollste ah ne doch nicht doch nicht unbedingt naja das das U-Matter ist am wertvollsten ja aber um das herzustellen braucht man Ewigkeiten länger als Farmen also wie war es aus einem Obsidian und 8 von den Kohledingern hast du äh farmst du weiter Kohle also machst du weiter Kohle da oben äh ist der grad dabei oder hm weiß ich nicht äh der muss Kohle Staub herstellen aber kann sein ich das vorhin rausgenommen hab weil ich dachte wir sind erstmal fertig weil ich das erstmal nur einmal testen wollte ja ok ja ich tu mir nochmal ein Stack rein ja ok ein Stack für einen Diamanten war das ne genau ist schon teuer im Endeffekt ne ja wenn man denkt was man sonst noch mit einem Stack alles machen kann oh ja 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 wie viel wie viel braucht man nochmal für ein Portal du kriegst da aber auch nur eins raus du kriegst nur einen Kohle Staub raus ne ja ja hätten wir ne ne Brutsamkeit Spitzhacke sähe das anders aus oh ja hätten wir zwei irgendwas bewegt sich gerade im Haus also ich find's nicht welcher Spasti ist hier in unserem Haus? zombie im Keller wo du kein Licht gemacht hast oder so ne das hörte sich aber nach Holz an äh sag mal wie viel obsidian braucht man für ein Portal? 12 oder so ne? hier läuft aber nix rum welcher Spast bewegt sich denn hier? danke für die Antwort da hat auch ein Leute gekauft äh was? wie viele obsidian ach jetzt nehm ich die falsche Spitzhacke wie viele obsidian brauche ich für ein Portal? 12 glaub ich gell? 12 ja aber du kannst auch mit 10 machen wenn du die Ecken weg... ne warte das sind 6 7 8 9 10 ja und ne bis zu 14 braucht man 14 oder 10 10 10 ok mindestens 10 jetzt nehm ich wieder die falsche Spitzhacke ich pack die andere mal weg ich hab jetzt schon 12 ach bring mal 14 15 mit ne das Ding ist hier sind nur 14 also mehr werden's erstmal nicht also ich kann auch noch ne andere Quelle suchen aber ja dann passt das ich bin wieder kurz vorm Verhungern jetzt sollte man essen ja ich hab jetzt neun Fleisch mitgenommen aber ich glaub wir haben noch irgendwas oben kann das sein? wir haben wir haben noch Brot oben ja aber nicht viel weißt du das ist halt auch ein bisschen problematisch so genug echt? ja ja gut ne warte mal da hinten war doch noch ne Obsidian Quelle glaub ich ne vielleicht oder nicht oder doch oder nicht oder doch oder nicht oder doch ach ein Zombie geh doch weg geh doch heim äh war das ein Creeper? das ist ein Creeper das ist ja immer noch Nacht war das nicht gerade Tag irgendwie? kurzzeitig keine Ahnung voll ich fahr die ganze Zeit unterirdisch keine Ahnung soll kurz ganz kurz so aus ha der Zombie der Zombie ist in die Lava gerutscht Pisser sag mal wenn so ein Creeper im Wasser explodiert dann macht der keinen Schaden ne? er macht Schaden aber er macht nix kaputt Aua vier Herzen das kostet vier Herzen krass an den Sternen sieht man übrigens super wie der Server rumleckt hä wieso? und die Sterne was mit denen? die springen ja ist natürlich schön gerade gehts wieder? na nicht wirklich oh mein Gott ich hab nix mehr zum abbauen jetzt muss ich Steine abbauen so wo muss ich noch zumachen? da muss ich noch irgendwie zumachen glaube ich und hallo? wer? ne nicht du ach egal scheiß doch drauf ne das Ding ist ich komm nicht hin ohne die Wasserquelle zuzumachen und ich krieg die Wasserquelle nicht zu weil da die ganze Zeit das Wasser sich einen anderen Weg sucht und das nervt ein klein wenig also mach ich einfach direkt die Quelle zu auch wenn es den letzten Moment gedauert hat bis ich hin gekommen bin aber keine Dias oder? nein natürlich nicht naja jetzt heißt das warten worauf? auf dass die Steine mal ein bisschen mehr fertig werden also wir können gleich glaube ich auch langsam aufhören aufzunehmen ne? ja wie lange sind wir jetzt schon dran? dann 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 Vielen Dank.